Assalamu alaikum und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Beim letzten Video haben wir ein Geheimnis von Medina kennengelernt und zwar wie es ein Schotter geschafft hat über Medina zu regieren. Ein sehr schönes Video, eine sehr schöne Story aus der wir einiges gelernt haben. Heute geht es um Mekka, um genauer zu sein, um den Hazar al-Eswad, den schwarzen Stein in Mekka. Jetzt sind bestimmt einige von euch verwirrt, was meint ihr jetzt mit schwarzer Stein? Ich meine nicht die Kaaba, ja nicht den Würfel der inmitten der Mesut al-Haram steht. Nein, das ist das Haus, was Ibrahim a.s. und Ismail gebaut haben, wie Allah im Koran sagt. Und als Ibrahim die Säulen des Hauses aufgebaut hat und Ismail, oh Allah, nimm von uns an, du bist der Allhörende, der Allwissende. Das ist die Qibla, die Gebetsrichtung der Muslime, aber das ist nicht der schwarze Stein. Nein, der schwarze Stein ist ein Teil der Kerbe, dieses Würfels und zwar ist er an einer Ecke dieses Würfels. Und dieser schwarze Stein ist ein besonderer Stein, der aus dem Paradies kommt, wie einige Überlieferungen das sagen. Er kam als weißer Stein auf diese Welt und verdunkelte sich durch die schlechten Taten der Menschen. Ja, und wer ihn gebracht hat, war Jibril a.s. zu Ibrahim a.s., als er die Kaaba gebaut hat und er wurde an diese Stelle gesetzt, an der er jetzt ist. Und dort beginnen wir mit unserem Tawaf, unserer Umrundung der Kaaba und dort endet auch unsere Umrundung der Kaaba. Jeder, der mal dort war, kennt diese Stelle, da gibt es so ein grünes Licht, wo das beginnt. Ja, das ist auch noch als Zeichen für diejenigen, die das dann nicht sehen, wenn viele Menschen dort sind. Ja, dann steht da hier, ist der Beginn des Tawafs, der Umrundung und das macht man dann bei der Umra, bei der Hajj oder auch wenn man gerne die Kaaba umrunden möchte. Und das macht man dann siebenmal. Das nennt dann der Tawaf. Und dieser schwarze Stein, liebe Zuschauer, der ist tatsächlich nicht mehr so, wie er damals war. Wer schon mal näher rangegangen ist an diesen Stein, der sieht das nämlich. Das ist nicht ein zusammenhängender Stein, was wir jetzt haben. Das Silberne drumherum hält das zusammen und das ist eigentlich eine Paste, eine Art Masse, die dort ist. In der sich kleine Stücke des ursprünglichen Steins befinden. Wenn man genauer reinschaut, sieht man das, so wie Datteln so groß sind die. Das sind verschiedene Stücke, die da drinnen stecken. Und das ist eine Art Wachs mit Moschus und so weiter gemischt. Das ist auch sehr wohlriechend, sehr schönriechend. Und darin steckt der Rest des schwarzen Steins. Ja, und dieser schwarze Stein ist so gesehen des Öfteren in Mitleidenschaft gezogen worden. Er und auch die Kaaba, ja, es gab leider einige Ereignisse der Geschichte, wo das halt, wie gesagt, in Mitleidenschaft gezogen wurde. Und eins dieser Ereignisse werden wir heute kennenlernen. Und zwar der Überfall der Karamita oder auch Karmaten genannt. Ja, das war damals eine ismailitische Sekte, eine schiitische Sekte. Sehr extremistisch, sehr eigen, sehr fern von dem sunnitischen, aber auch vom heutigen bekannten schiitischen Verständnis des Islams. Und diese Bataniya-Gruppe, das gehört zu den Bataniya-Sekten, das sind Leute, die halt nach außen hin etwas zeigen und nach innen hin sehr, sagen wir, Geheimnisse haben. Und diese schiitische extremistische Gruppe unter der Führung von Abu Tahir al-Qarmati haben beschlossen im Jahr 908 bei der Hajj Mekka und die Pilger zu überfallen. Was für eine dreckige, schändliche Tat. Ja, sehr feige, dass man Menschen überfällt, die gerade in der Anbetung sind, unbewaffnet sind. Und sie kamen dann mit ihren Soldaten und haben dann Mekka angegriffen, haben gebranntschatzt, haben zerstört, haben getötet. Man sagt, circa 30.000 Pilger sind ermordet worden, subhanallah. Wie kann man sowas übers Herz bringen? Und einer ihrer schändlichen Taten war es, den schwarzen Stein, den Hajj al-Eswad, über den wir gerade sprechen, von seiner Stelle zu entfernen. Ja, sie haben den Hajj al-Eswad mitgenommen, zu sich in ihr Königreich nach Bahrain, an der Ostküste der arabischen Halbinsel am Arabischen Golf. Dort hatten sie nämlich einen Königreich aufgebaut, weil man muss zu dieser Zeit sagen, es war so, dass die muslimische Welt sehr zersplittet war. Ja, im Norden Afrikas und Ägypten haben die Fatimiden geherrscht. In Al-Andalus gab es auch ein eigenständiges Herrschaftshaus. Und es gab die Abassiden, die in Irak und drumherum geherrscht haben und an anderen Teile der islamischen Welt. Aber das Abassidische Kalifat, was eigentlich das Hauptkalifat war zu der damaligen Zeit, war sehr geschwächt. Und die konnten dann ihr Königreich dort aufbauen und dann so etwas tun. Und die Abassiden konnten Mekka nicht schützen zu dieser Zeit. Sie haben den schwarzen Stein 22 Jahre weggenommen. Hat die Hajj aber damit aufgehört? Haben die Muslime aufgehört, nach Mekka zu reisen, um ihre Pilgerfahrt zu vollziehen? Nein. Trotzdem hat der Islam oder die Muslime haben trotzdem weiter ihre Hajj vollzogen. Trotzdem haben sie weiter Tawaf gemacht. Das hat sie nicht daran gehindert, Allah subhanahu al-Fatih anzubeten. Und unser Islam ist eine Religion, die uns beibringt, dass wir, egal welche Hindernisse haben, trotzdem weiter diese Aufgabe besteht. Und zwar, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُدِّينَ Und ihnen wurde nichts anderes auferlegt, als Allah aufricht in der Religion anzubeten. Das ist eine Sache, eine Aufgabe, die bleibt, bis wir Allah subhanahu al-Fatih treffen, nachdem wir gestorben sind. Ja, wir Muslime, egal welches Hindernis in unserem Leben kommt, halten wir weiter unsere Rolle bei. Und zwar, Allah subhanahu al-Fatih anzubeten. Ob die Kaaba zerstört werden würde, ob die Propheten-Moschee zerstört werden würde, ob du der einzige Mensch auf dieser Welt bist, deine Aufgabe bleibt. Und du hältst weiter an dieser Aufgabe fest. Und du bist davon überzeugt, dass das die richtige Aufgabe ist. Und nichts hält dich auf. Und genau das ist es, was wir daraus lernen. Dieser Stein, wie Omar al-Khattab sagt, ist ein Stein. Er kam zu diesem Stein einmal und küsste ihn und sagte, ich weiß, dass du ein Stein bist, du kannst mir weder Nutzen noch Nachteil bringen. Hätte der Prophet dich nicht geküsst, hätte ich dich nicht geküsst. Natürlich, weil der Prophet salallahu al-Fatih anzubeten diesen Stein geküsst hat und weil Allah subhanahu al-Fatih anzubeten diesen Stein erlassen hat als Ecke von der Kaaba, ist er besonders für uns und wir respektieren ihn und so weiter. Aber das Wichtige ist die Anbetung Allahs, die niemals zu Ende geht, egal ob ein Stein da ist oder nicht, egal ob du alleine bist oder nicht, egal ob die Kaaba zerstört werden würde oder nicht, es bleibt das Zentrum Allahs. Das ist sehr, sehr wichtig. Egal, welche Hindernisse in deinem Leben kommen, du bleibst Anbeter Allahs und ziehst weiterhin deine Aufgabe durch, weil das dafür wurdest du erschaffen. Eine sehr schöne Sache, die wir aus dieser Geschichte lernen. Nach 22 Jahren wurde dieser Stein zurückgebracht, durch diplomatische Verhandlungen und so weiter. Und ja, der schwarze Stein, der Hajar al-Aswad, kam an seine Stelle zurück. Alhamdulillah. Und wir können ihn jetzt jederzeit besuchen. Ja, so, das war's, liebe Zuschauer, mit der Geschichte. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr konntet einiges daraus profitieren. Wir sehen uns weiter in Schala in noch zukünftigen Videos. Wenn euch das gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Kommentar da, ein Abo. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in Schala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Und wir sehen uns beim nächsten Mal in Schala.